dann kriegt es nicht mehr nicht mehr kein pp mehr anwenden also kann ist es dagegen so wie ich das erstanden habe dieses ding und hast du noch etwas freien jeden die hp sind hier in dem teil füße schnitt das mag ich absolut nicht das neidu flame pendant jenny so und quip jenny quetscham flerp nennt es hast du sowieso mal mehr verteidigung den quetscham gibt es einfach mal nee das ist glaube ich ganz gut falsches event an jenny quetscham naja das sind bosse hier da muss man jetzt mal ein bisschen überlegen wie man am besten an die rang geht und ich will in einem anderen wie an welch anderen spielen so alter verweiter als man wieder weben dann gehen mit pp heilen und dann probieren wir es noch mal müssen ob es diesmal gehabt ich hoffe zumindest mal das sind also wir gehen dann erstmal noch gründen weil das ist glaube ich besser momentan sowie wie vor allem die beiden müssen erstmal hier unseren lieben ein bisschen stärker machen weil es kamel 20 und ja mal 25 noch mal dann und dann ja jenny und auf 80 oh mein gott ein falsche person nee 180 das ist doch nicht normal hier danke alter drecks misst wie gibt es doch nicht und ja also muss unbedingt pp erstmal regenerieren da ist das schlimm hier ja ja ist klar man ist klar kommen sterbt einfach nur bitte danke level 11 sich die fans 1 hp 3 empfehlen sie merkt mit alpha das ist gut das ist richtig gut hotel nein nicht restaurant und da könnte man auch noch sachen kaufen da kommt natürlich auch noch sachen kaufen weil es ein starker heil gegen schnell mit dabei mann der team in jaskis kämpfen die orte ist das war kein make your order to go ok na get you schießt special wagen zu genau die halb nämlich weiter empfiehlt die quarkensucht da müssen wir nur ein bisschen geld abgeben aber gelassen hotel muss ich mal gucken schild kommt es bauen gerade viele gegner wahrscheinlich weil jetzt in der gruppe ist denke ich meine so puh wollte das ist wo sie eingestellt das hätte ich erst mal gerne ein bisschen geld und zwar ein paar tausend 3.000 mit so dann werde ich ein paar sachen verkaufen erst mal gegen die heil gegen städte nicht so stark sind damit die gruppe ich einmal die quarkensucht kummer wie halt viel geheilt dann müssen wir schlafen waren 600 kostet das mein gott so vorschulen ich will das wie den karten heute erschaffen der heimstuhl wenn es geht also es ist obwohl ich muss ja noch mal könnten das vieh ist nicht gar einfach ich habe den in den letzten zwei habe ich die beim ersten mal so geschafft und da bin ich noch nicht so so verreckt das war zwar auch nicht einfach aber viele sagen ja der karten soll ja total einfach sein aber ist das eigentlich nicht wenn man so gut denkt weil vor allem den seinen scheiß feuer feuer hat wenn man das hat ganz viele dass man ziemlich am arsch gucken wie viel das heißt das ding die karten ich glaube sehr viel der hat ich glaube damals ganz viel gekauft deswegen ja ja quarkensucht 600 was sind die mein gott und hier konnte alles nein naja ja quarkensucht hat sie nicht sogar weiter man hat die nicht sogar komplett geheilt oder so alter dreist gehalten errichten was redet ihr eigentlich gerade in skype konfi schreckes leif schreckes leif schreckes leif schreckes Ich konnte irgendwie grauswendig, ich schließe gerade irgendeine Schatt hier. Aber schon haben sie ja zweifelt, dass das ein Schatt entstanden wird. Hm, ok. Ok. Ich habe noch eine Mundzeit erinnert. Ok. Nicht schlecht. Achtung, ne, shit. Achtung, geht Funst oder nicht. So. Ähm. Was wollte ich jetzt, ich wollte nachgucken, was das Querkenzug macht, ne? Da habe ich noch vergessen. Während ihr hier nebenbei schattet ihr einfach mal so, wenn man Streams kommt. Und das sind noch nicht mal ein oder wie, ey. Ähm. Ich mach den Sub. Das ist also ein fuller Stores all of... Oh. Oh, das ist halt voll. Es hat voll abgeschnitten von Pooh natürlich. Da wurde bis auch noch im Chat hier von dem Ding drin oder wie. Ähm. So. Also ich glaube, ich kaufe erstmal ein paar Quaken-Soups. Das sind nämlich richtig geil. Die sind die, wenn die... Nein, nicht benutzen. Nein, 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 nein. Nicht benutzen. Ganz schlecht Idee. Die sind zwar verdammt teuer, aber heilen vollständig. Das finde ich richtig gut. Die könnten uns einen Arsch retten mit uns, wie wir hier alle gehen. Oder die Heil-Leute. Also die... Die leben wahrscheinlich nicht wieder, aber die heilen vollständig. Von daher... Äh. Jenny. Und eine kaufe ich noch. Dann ist mein Geld sowieso alle. Von daher... Nee. So. Das sollte erstmal reichen. Hoffe ich zumindest mal. Das haben wir... Drei... Vier Stück. Also das sollte ja hoffentlich überreichen. Ein bisschen. Äh. Wo ich dann auch sage ich auch mal verkaufen könnte, die weniger heilen, ne? Hm. Obwohl... 80 HP könnte vielleicht doch nochmal hilfreich sein. Im Glück haben. Oh man. So. Dann gehen wir jetzt erstmal breiten. Und äh... Ja. Vielleicht werde ich dann auch schon das Spiel wechseln. Wenn ich ein bisschen Level höher hab. Weil ich glaub, dann mach ich den doch nicht mal heute den Kacken. 25 sollte erstmal reichen. Hoffentlich. Oh. Ich bin noch im Chat. Ja. Okay. Hallo. Warum laufen die keinen Viecher rum? Muss ich auch ganz anders machen. Ich könnte natürlich auch in irgendeiner Höhle oder so. Grinden. Dass ich auch erstmal... Oder man... Wenn wir doch... Wenn... Puh... 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 Oma... Oma... Ham... Winters... Winters... Würde ich sagen... Ah, so... Stimmt der... Wir... Wenn er hin teleportiert! Ach... Shit... Sind die Gegner- zu stark für uns jetzt noch oder sind wir schon stark genug? Dass wir theoretisch´s hier ´integrinden könnten? das hat er ist ziemlich stark gegner das problem ganz schlecht und du hast du nur 100 schaden außer bei den fehler so der hand wir jetzt spüchzöcker das ist richtig gut das ding und das restlichen schaden und dann 21 schaden text oder schon mal tot weiter bieten 17 schaden okay kurz so viel schaden machen wir sind jetzt nicht gut dann kloppen wir einfach mal drauf und ich sagen wird schon klappen genau nicht schon ja sowas machte kommen schaden das ist nicht gut und ich jetzt nicht den charakter der spüchzöcker weiterhin du bist deine besucher hast ist das sowieso da steckt siegen schon für dich mit network super warum hat das nicht geklappt sondern das ja ich habe doch sowieso kein psi an mein freund so feit so nur greife ich halt ein so monat orion hallo da ist doch mal eben noch jemand da 922 offens 2 defense 2 speed 1 hp 3 ist habe ich auch die ep gedacht äh epik geachtet könnte aber ziemlich schwer werden hier zu grinden aber es ist relativ lohnend dass es relativ schnell von statten geht ich werde es übrigens nur noch hier bis 25 in ein charakter level und dann wechseln wir erst mal das spiel ausgedacht wie gesagt gerade und schreibe in der stadt welche spiel spielen soll da kannst du einigermaßen inzwischen die spielrunden die ja unten stehen von daher kannst du mal entscheiden wenn du länger bleibst heißt das wenn du bis nach maximal 23 uhr bleibst weil dann wechsel ich alter auch nein erst da man heißt es ist nicht gut ob uns 3 baby offens 3 bauern ist ein level ab wo halte wir kriegen dieses level ab ach so jahr sind 45 hp ist klar das spiel für das apple ganz sicher nicht habe ich schon habe ich schon ein letztes aufgenommen davon mein freund sagen wir jetzt komme ich nur ganz einfach weg weil jetzt put der man da immer nice ist ist ein monat das ist nicht gut oder kannst du trotzdem noch teleport alpha ich muss mal kurz irgendwo hin wo ich das heilen kann ich dann ernst muss ich jetzt hier weg kommen scheiße warum sterbe ich jetzt nicht alter machen die schaden alter verwalter ich zog mal wieder bis gleich ist klar verpiste sich gleich wieder leute danke alter geben die viel erfahrung weg 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 ein scheiße ich gut ich brauche hier zu viel pp gerade das gebiet ist nicht einfach vor allem wenn die damen reisen können und ich kann das noch nicht heilen das ist richtig mies richtig derbe mies ist das da man heißt also was wie und tot eine punkt weiß aber nicht teleport ein teleport einfach mal nach ordnet danke so jetzt muss ich mal kurz hier zum hospital gehen da unten und dann gehe ich doch nicht nach winters sondern nach vorzeit oder so ein level dort ist ja nicht normal die und punkte ich kann es doch sowieso das hin weil du sowieso dann immer da bist bin ich andere spiele spiele du bist doch sowieso weg von daher so hallo mein freund ja 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 habe ich auch genug geld soften ja habe ich danke so und dann gehen wir mal eben kurz schlafen du 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 was sagt den eignis gab schon ja schon wieder ganz viel so halb ich musste doch schon auf so viel loben nur ich kann bleiben ich dachte wollte es uns einseitig auf schluss machen von wegen das ist doch weg na gut das ist wieder alleine bucke für das elfer game habe ich schon gespielt das kommt doch übermorgen das spiel jetzt nicht noch mal da ist doch der direktion nicht die gleichen also nicht was bleibt spielen würden so blöd von daher